Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von BabsisBastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine coole Countdown-Karte zeigen, also wie so eine Abreißkalenderkarte, wo man super zum Geburtstag machen kann oder auch zum Ruhestand zum Beispiel oder zu irgendeinem Ereignis, wo man einfach ein paar Tage jeden Tag ein bisschen was öffnen kann. Also wie so einen kleinen Mini-Adventskalender für die ganze Jahreszeit sozusagen. Genau. Und ja, ich habe mir jetzt eigentlich drei Sachen überlegt. Zwei möchte ich euch heute gerne zeigen und den dritten Tipp möchte ich euch auch noch sagen. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber den habe ich so im Kopf und irgendwann werde ich das mal testen. Und zwar ist es nur bei dieser Karte ein bisschen schwierig. Ich kann euch die Karte ja nicht so richtig zeigen, weil ich kann nicht jeden Tag einfach abreißen. Dann mache ich die ganze Karte kaputt und kann sie nicht verschenken. Deswegen habe ich hier keine fertige Karte, sondern Einzelteile und erkläre euch aber trotzdem, wie das Ganze dann am Ende aussehen soll. Okay, also das wäre jetzt eine Karte für den Ruhestand. Hier innen kann man noch was Schönes unterbringen. Ich habe das so ein bisschen mit dem Schmetterling, der auf die Vorderseite draufkommt, noch ein bisschen so durchscheinen lassen. Einfach mal als Innengestaltung ein bisschen anders. Das klebe ich dann natürlich noch ein. Und die Grundkarte erkläre ich euch auch gleich ganz genau. Da wird es so sein, dass dieses gelbe Element hier noch draufgeklebt wird und dann hier vorne dieses Teil, dieser Hauptdarsteller sozusagen und eben als Deko noch so ein bisschen ein Schmetterling. Also so ungefähr wird die Karte dann am Schluss ausschauen. Vielleicht noch ein bisschen Glitzer verteilen oder so. Genau, das ist ja jedem selber belassen. Und der Clou oder der Mechanismus, der dahinter steckt, ist, dass man dann hier, also am dritten Tag, ein Herz abziehen kann. Dann kommt der zweite Tag. Also dieses Teil bleibt natürlich da drauf, aber ihr würdet dann nur eben dieses Herz hier vorne abziehen. Am zweiten Tag wird das nächste Herz hier einfach abgezogen, also nur noch zwei Tage. Dann hat man nochmal ein Herz mit dem einen Tag und wenn man den noch abzieht, bleibt der Rahmen von den ganzen Herzen natürlich stehen. Das wird komplett aufgeklebt und es zeigt sich dann ganz unten das letzte Herz. Das muss ich jetzt nach oben klappen, dass ihr das sehen könnt. Und hier steht dann Time for a Happy Dance. Ihr könnt hier hinschreiben Endlich Geburtstag, Endlich 18, Alles Gute zum Geburtstag oder Schön in Ruhestand oder was auch immer, für was ihr diese Karte verwendet. Also so kann ich euch zeigen, wie ich meine, dass die Karte dann funktioniert und wie die dann auch aussieht ungefähr, dass man sich das besser vorstellen kann. Weil ich jetzt natürlich nicht die ganze Karte einmal zusammenbaue und dann abziehe, dann ist die ganze Karte verloren sozusagen. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich werde es bei dieser Karte so machen, dass ich mit euch das jetzt auch so zusammenbaue, wie ich das geplant habe. Und ich glaube, dann kann man sich es noch ein bisschen besser vorstellen. Das wäre jetzt die eine Kartenidee. Und in diesem Stanzformenset, die ich jetzt hier benutze, ist auch noch so eine längliche Stanzform und ich finde, die passt natürlich für sowas auch ideal. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen überlegt, ob ich euch das auch zeigen kann. Und zwar habe ich diese Karte jetzt im Querformat gemacht. Ganz am Ende wird die Karte von der Deko eigentlich so aussehen. Also, dass man hier vorne ein schönes Element hat, da kleine Deko-Teilchen und dann hier diese Schrift, wo man schreibt, heute hier öffnen. Dann heißt, man darf bis zu diesem Punkt öffnen, morgen, übermorgen, überübermorgen und dann darf man dieses ganze Band komplett wegnehmen, wenn dann alles steht. Also, so wird die Grundkarte aussehen ungefähr. Und damit ich euch das jetzt auch mal zeigen kann, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal dieses als Beispielkarte. Also, da habe ich es genauso gemacht und würde jetzt sagen, der Beschenkte bekommt es und darf heute gleich mal den ersten Teil hier öffnen. Und wenn er das dann hier so aufreißt und so rüberklappt, steht hier eine 4. Und wenn er dann am nächsten Tag sagt, heute ist morgen, noch ein Teil, dann steht da eine 3. Und ich nehme euch nochmal kurz ein bisschen näher hin. Also, bis morgen aufklappen. Dann, wenn er übermorgen dahin geht, hat er nur noch 2. Und überübermorgen darf er noch einmal aufmachen und dann steht hier nur noch ein Tag sozusagen. Und dann darf er einmal alles abreißen. Und hier steht dann die Botschaft. Und in meinem Fall ist das jetzt hier, steht hier schöner Ruhestand. Also, ich glaube, man erkennt das ganz gut. Also, so ist der Gedanke hinter dieser Karte im Querformat. Dass man auch 4, 3, 2, 1 und dann kommt die Botschaft. Könnt es natürlich, wenn ihr eine größere Botschaft macht, macht er 3, 2, 1 Tage oder so. Also, das kann man ja ganz frei gestalten. Und auch hier vorne kann man draufschreiben, was man möchte. Okay. Also, so ist der Gedanke dahinter. Und wir werden jetzt diese Karte auch nochmal fertig bauen sozusagen. Und ihr seht, ich habe hier hinten schon ein bisschen was gemacht. Das heißt, meine Karte ist trotzdem nicht verloren. Ich habe euch das nur an diesem Beispiel an der Mattung gezeigt, weil die ja eh unten mal reingeklebt wird. Und ich zeige euch aber, wie ihr das zum Beispiel beschriften müsst, dass ihr auch diese Zeile trefft, wo das dann nachher ausgestanzt ist und so weiter. Also, diese beiden Kartenideen möchte ich euch heute zeigen. Und ich sage euch jetzt mal kurz, was ihr alles so braucht. Ihr benutzt farbentechnisch alles, was ihr nehmen wollt. Ich habe jetzt hier auch teilweise mit ein bisschen älteren Sachen gebastelt. Und ich habe jetzt hier als Hauptweißfarbe nämlich immer Grundweiß extra stark. Das hätte diese Bestellnummer. Und ich habe jetzt hier als Hauptfarbe noch Kalypso. Ich wollte, dass es eine schöne bunte Karte wird. Ich habe das Gelb ist Osterglocke. Und ich wollte es einfach ein bisschen so gestalten, weil ich hatte noch so Streifen von diesem Designerpapier. Das gab es vor Ewigkeiten mal. Da waren so viele schöne Herzen drauf. Und mir haben diese Zwischenherzen hier so gut gefallen und wollte die als Deko benutzen. Deswegen habe ich mich so in diesem Farbspektrum orientiert. Das macht ihr, wie ihr wollt. Und ich sage euch jetzt die Mars. Okay, ich habe eine Grundkarte. Die hat das typische Kartenformat. 21 cm in der Breite, 14 cm in der Höhe. Und ich falze mir das immer bei 10,5. So habe ich eine Klappkarte in Hochkant oder quer, wie ihr es haben wollt. Die Maße sind da völlig gleich. Dann habe ich zwei Aufleger. Einmal für vorne und einmal für innen. Und die haben das Maß 13,5 x 10 cm. Und ein gelbes Papier mit dem Maß 13 x 9,5 cm. Das kommt dann hier vorne noch drauf. Und mein kleiner Dekostreifen hier, der hat sich jetzt hier um die Herzen ein bisschen aufgebaut. Der hat das Maß 13 x ungefähr 1 cm. Also wenn ihr auch sowas habt oder wenn ihr euch selber so einen Streifen baut oder wenn ihr irgendein anderes Designerpapier mitnimmt, ungefähr 1 cm. Aber das könnt ihr freigestalten. Und dann ganz wichtig ist eben dieser Streifen. Der hat jetzt bei mir das Maß in A4 Länge. Also ein ganzes A4 Papier und ist breit 6,5 cm. Und bei mir richtet sich jetzt der Streifen so ein bisschen nach meiner Stanzform. Ich habe hier die Stanzform in schöne Überraschung. Die haben diese Bestellnummer. Hoffentlich geht es noch drauf. Genau. Und da gibt es auch noch eine zweite Stanzform. Die ist jetzt zum Beispiel ein bisschen kleiner. Wenn ihr die lieber benutzen wollen würdet, dann könntet ihr euch den Streifen auch ein bisschen schmaler zuschneiden. Genau. Aber ich nehme jetzt nochmal die Herzen. Das finde ich ganz schön. Und benutze die jetzt. Ich fange auch mit dem Streifen gleich an. Schnappe mir meinen Papierschneider und falze mir diese A4 Seite, also die lange Seite, jetzt bei 6 cm. Dann wieder bei 6 cm weiter, also bei 12 cm. dann bei 18 cm. Und bei 24 cm. Also immer alle 6 cm. und das Schlussteil ist jetzt ein kleines bisschen kleiner als der Anfang. Aber das sieht man am Ende nicht mehr. Also das können wir einfach so lassen. Wir müssen jetzt nur darauf achten, dass wir uns merken, Entschuldigung, jetzt bin ich in die Kamera gekommen, dass wir uns merken, wo dieser Schlussteil ist. Das ist so ein bisschen ein kleineres. Denn mit diesem kleineren, das liegt jetzt bei mir auf der rechten Seite, das hat um die 5, was hat es denn, 5,6 cm oder so hat es. Das klappe ich mir jetzt als erstes ein und mache dann hier so eine Ziehharmonika-Faltung. Ihr seht es einfach so, vor und zurück geklappt. Und jetzt lege ich mir das so hin, das ist aber auch egal, wenn es jetzt andersrum wäre, dass meine erste Klappe nach unten geht und diese etwas kleinere Klappe bleibt einfach hinten liegen. Das ist so ein bisschen den, wo man sich merken kann, eigentlich ist es nur wichtig, dass diese kleine Klappe ganz hinten ist, dass die ein bisschen versteckt ist. Und dann falze ich mir einfach kurz die Linien einmal schön nach. Dass das schön aufeinander liegt. Und ich fange jetzt einfach mit der ersten Stanzung an. Also ich gucke jetzt einfach mal, dass diese Öffnung oben liegt. Wenn es andersrum ist, ist es wie gesagt eigentlich egal, aber das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich mir das merke und dass ich mir jetzt hier auf jede Seite mein Herz rein stanze. Und dazu lege ich mir das einmal schön hin, klebe mir ein Post-it drauf, ich hoffe, dass es noch durchhält und hole mir mal meine Stanzmaschine ins Bild. Und dann wird schon einmal durchgestanzt. Und ihr habt es gesehen, ich habe mein Blatt komplett aufgemacht, dass ich wirklich nur diese vordere Seite gestanzt habe. Das kann das Post-it auf die Seite. Und wir haben jetzt hier diese Umrandung und man sieht, dass das Herz ist schon fast komplett ausgestanzt, aber es hat so kleine Bereiche, wo es neben noch festhebt und wo man dann super mit diesen kleinen Öhrchen nachher das Herz dann abziehen kann. Und jetzt mache ich so, jetzt lege ich mir mein Herz auf die Rückseite, dass diese scharfe Kante zu mir her schaut, also diese Stanzkante, weil ich möchte das Herz ja möglichst an der gleichen Stelle haben. Und dann klappe ich mir die Karte zu, damit es auch an der gleichen Stelle bleibt. Ich mache es nochmal auf und klebe mir nochmal ein Post-it hin. Und stanze mir das Ganze nochmal aus. Also wenn man es jetzt zuklappen würde, ist das nächste Herz genau in der gleichen Form. Jetzt nehme ich wieder das Post-it ab und klappe mir diese beiden Vorderen nochmal zusammen und lege mir jetzt auf die Rückseite wieder mein Herz in der gleichen Form. Also auch wieder, dass diese Schneidekante in meine Richtung schaut. Und ihr könntet auch, mein Post-it ist nicht mehr das Beste, ich nehme mir mal schnell ein anderes. Ihr könntet euch das Post-it auch zwischen diese Stanzform und diese Markierung quasi reinlegen. Einmal so. Dann das wirklich gut auflegen. Mal gucken, dass die Linien schön passen. Einmal zusammenklappen. Und dann klebt die Stanzform schon an der richtigen Stelle. Und immer nochmal hinhalten und gucken, wenn ich das rausreiße, dann muss das jetzt so ausschauen, dass es wirklich auch passt dann nachher. Und dann wird das alles nochmal durchgekurbelt. Wieder einmal vorne zusammengelegt. Wieder am besten das Post-it zuerst reinkleben. So, dass es zu mir her schaut, dass der Kleber zu mir guckt. Und dann nochmal das Herz anlegen und mit der Schnittkante wieder zu mir. So fixieren wir uns dann einfach unser Post-it, wenn wir die Karte jetzt zusammenklappen, gleich nochmal an der richtigen Stelle. Und dann wird das Ganze noch einmal durchgekurbelt. Und jetzt könnten wir eigentlich schon aufhören. Also wenn wir das jetzt lassen würden, könnte man es schon so belassen. Oder wir machen, weil wir in diesen Stanzformen auch noch ein zweites komplettes Herz haben. Also das ist eine Stanzform, die das ganze Herz ausstanzt. Das ist hier, die ganz unten. Da sind keine solche kleinen Nupsis. Da könnten wir uns nochmal ein ganzes Herz ausstanzen. Dann haben wir jetzt ein bisschen einfacher mit dem Textstempel, dass wir den an die richtige Stelle bringen. Das zeige ich euch jetzt mal in dieser Art. Und nachher zeige ich euch auch mal, wie ihr das machen könnt, wenn ihr das jetzt nicht habt, so wie bei der anderen Stanzform. Okay, das heißt, das ist immer noch meine Vorderseite. Dann wird das abgeklebt. Dann kommt die nächste Seite. Dann kommt das. Und das ist jetzt die letzte Seite. Und das ist dieser ein bisschen kleinere. Also ich zeige euch mal den Rand. Der ist minimal. Aber das ist die bisschen kleinere Form. Und hier machen wir es auch nochmal ein letztes Mal genauso. Das heißt, ich nehme mein Post-it, lege die Klebeseite in meine Richtung auf mein letztes Herz. Und noch diese Stanzform, die jetzt eben keine kleinen Vertiefungen drin hat, aber eben auch von der Größe genau passt. Die hat halt auch nicht dieses kleine Öhrchen da an der Seite. Das lege ich mir auch nochmal genau da drauf und klappe mir das noch einmal zu und dann wird es einmal noch ausgestanzt. So. Jetzt kann die Stanzmaschine nochmal weg. Und wir haben jetzt hier auf der letzten Seite ein ganz ausgestanztes Herz. Das kann man komplett rausnehmen. Und dann tun wir uns einfach mit dem Stempel ein bisschen leichter. Je einfacher das, desto besser ist es ja eigentlich. Und jetzt nehmen wir unseren gelben Aufleger und positionieren uns die ganzen Sachen, die wir da drauf bringen wollen. Ich klebe jetzt als allererstes noch dieses kleine Streifchen auf, so ein bisschen die Deko für den Rand. Das mache ich jetzt am besten mit Flüssigkleber. Da kann man dann nur ein bisschen rückeln, dass es schön gerade ist. Und der hebt auch super. Und wenn das jetzt irgendwo nicht ganz abschließt, oben oder unten, das ist so ein minimaler Rand. Den schneide ich mir jetzt einfach von der Rückseite aus nochmal mit der Scherde ab. Super. Und jetzt würde ich mir hier meine, diese Form, diese Herzform, einfach mal so auflegen, wie es mir von der Größe ganz gut gefällt. Ich möchte hier unten noch ein Schmetterling hinhaben. Ich habe jetzt hier den kleineren. Das heißt, ich gehe ein bisschen weiter hoch mit meiner Form. Wenn ihr einen größeren Schmetterling habt oder so, dann könnt ihr das auch machen, dass ihr halt einfach noch ein bisschen höher geht oder so. Also einfach so ein bisschen überlegen, was man schon drauf will als Deko und dann kann man sich das ganz gut platzieren. Und hier halt ein bisschen gucken, dass der Rahmen dann schön gleichmäßig ist. also das mache ich mir jetzt so auf. Und beim letzten Mal habe ich mir jetzt einfach mit Bleistift hier das Herz reingemalt als Vorlage. Aber mein Radierer mag immer nicht so wie ich. Der macht mir immer so schmutzige Stellen. Deswegen mag ich es jetzt lieber so machen, dass ich das anklebe und direkt da jetzt reinstempeln. Also das ist das passende Stempelset dazu. Heißt auch, schöne Überraschung, hätte diese Bestellnummer. Und dann nehme ich mir jetzt, wünscht ihr, einen schönen Geburt. Und das Ganze stemple ich in Kalypso auf. Das ist auch die Farbe, die die Grundkarte hat. Und genau. Da muss ich jetzt nur ein bisschen gucken, dass ich schön gleichmäßig und mittig da reintreffe. Perfekt. Genau. Und das ist eigentlich schon die ganze Kunst. Wir machen es jetzt so, dass wir uns noch die Deko hier aufbringen. Dafür habe ich mir schon einfach drei Zahlen ausgestanzt. Ich habe jetzt hier dieses Alphabet, Buchstabenmix heißt das. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber falls ihr irgendwelche Zahlen habt, die ungefähr von der Größe da drauf passen, dann könnt ihr das super verwenden. Und was ich noch gemacht habe bei der ersten Seite, weil die bleibt ja für immer bestehen sozusagen oder die sieht man ja. Ich nehme jetzt noch so ein bisschen Kalypso als Farbe und so einen Blendingpinsel und gehe mir da noch ein bisschen drüber. Das Gleiche möchte ich auch auf dem Schmetterling machen. Und da habe ich mir gedacht, den können wir auch auf die Innenseite noch ein bisschen so projizieren, sagt man da glaube ich. Das heißt, wenn ich mir den jetzt hier auflege, mache ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich koloriere den Schmetterling und auch die Innenseite einfach nur ein bisschen schön. und dazu gehe ich einfach so ein kleines bisschen in das Stempelkissen rein und mache dann von außen nach innen die Farbe über den Schmetterling und auch über die ganze Karte. Versuche dann nach oben ein bisschen heller zu werden. Ich finde, das sieht ganz schön aus, wenn man den dann abnimmt, hat man innen schon so eine schöne Seite. Man kann auch noch ein bisschen an den Ecken machen und hat dann eben wirklich eine coole Innengestaltung. Ganz einfach und schnell gemacht und man möchte ja den Schmetterling eh ein bisschen Farbe geben. Das heißt, da gehe ich jetzt noch ein bisschen außen rum. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich glaube, mein Mikrofon ist genau neben meiner Jacke. Ich habe dann hier so ein bisschen die äußeren Seiten ein bisschen angefärbt und zumeist bei dem Herz auch. Da gehe ich auch einfach ein bisschen so von außen rein und koloriere das einfach noch so ein kleines bisschen. Und das mache ich, wie gesagt, eigentlich nur bei der Frontseite, weil das ist die, wo man dann immer sieht, alles andere wird dann später zusammengeklebt. Jetzt gibt es noch einen kleinen Kniff. Also wir fangen jetzt erst mal an. Wir beginnen ja mit dem dritten Tag und kleben mir jetzt hier vorne, da habe ich mir hinten auf meine Zahlen, bevor ich sie ausgestrinzt habe, noch diese Folie drauf gemacht und klebe mir jetzt einfach nur mal die Zahlen drauf. Drei, zwei, eins. Und da habe ich auch gedacht, das wäre ganz schön, wenn man das so ein bisschen versetzt, dass es nicht immer an der gleichen Stelle ist. Könnte es natürlich auch mit Flüssigkleber ankleben, ist ganz klar. Eigentlich geht es mit diesen Klebepads eigentlich schneller, wenn man dann die Folie hinten wegkriegt. Das ist der Vorführeffekt. Zwei, das mache ich so ein bisschen, mache ich vielleicht so mehr hier hin. Und dann noch die Eins. Die kommt so schön in die Mitte. Und ich habe in meinen ganzen Stempelsammlungen gefunden dieses Project Life. Das ist wirklich schon uralt. Rund ums Datum heißt das. Und da gibt es einen Stempel, der heißt Tage. Und den habe ich mir rausgenommen. Aber ich möchte ja bei dem letzten nur noch Tag stehen haben. Und dann mache ich jetzt so einen kleinen Trick. Ich nehme mir jetzt als Stempelfalbe sozusagen einen Stift in Calypso. Das sind diese Marker. Und klebe mir hinten nochmal mit meinem Post-it das E ab. So, dass da nur noch Tag steht. Und jetzt könnt ihr entweder ins Stempelkissen gehen. Ich finde es immer noch ein bisschen leichter, wenn man eben so einen Marker hat. Der hat eine dicke Seite und eine dünne. Und mit der dicken Seite koloriere ich mich jetzt diesen Stempel ein bisschen an und stempelt es jetzt als allererstes bei dem ersten Tag. Genau, dass ich nur noch einen Tag habe. Und bei den anderen können wir jetzt ganz normal stempeln, so wie man es gewohnt ist. Ich mache jetzt mal drei Tage hier vorne gleich und zwei Tage hier unten. Dann sieht das echt ganz cool aus, finde ich. Und das ist grammatikalisch auch richtig. Das lasse ich jetzt noch ein paar Sekunden trocknen und baue mir einfach schon mal meine Grundkarte zusammen. Das heißt, mein Innenteil kommt innen rein. Schon klar. An dieser Stelle also diese Mattung hier in weiß, da braucht man ja eigentlich nur den Rahmen und eigentlich ist es Papierverschwendung, wenn man die komplett so aufklebt. Also stanzt euch da gerne irgendwas in der Mitte raus, was man später noch brauchen kann und dann ist es nicht immer so viel Papierverschwendung, weil man das ja nicht sieht. Man sieht ja nur den Rand. Das denke ich mir immer, wenn ich das mache, aber gerade im Video, da muss es ein bisschen schneller gehen. Oder früher habe ich mir immer den Rahmen einfach innen nochmal ausgeschnitten, dass man eben nur den Rahmen sieht und das Papier ein bisschen schont oder ein bisschen spart. Jetzt ist mir was aufgefallen. Theorie und Praxis, das ist nämlich unterschiedlich. Man denkt immer, es wäre so und so, aber man merkt dann doch, dass es anders ist. Nämlich, wenn ich das alles zusammenklebe, habe ich ein Herz zu viel. Ich hätte nämlich hier die Eins draufkleben müssen und nicht hier. Deswegen würde ich euch empfehlen, ich kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern, weil ich sonst die ganzen Zahlen runterreißen müsste und ich glaube, dann wird es ein bisschen nicht so schön. Ich lasse es bei drei Tagen, aber ihr könnt gerne vier, drei, zwei Tage und dann einen Tag machen. Also ich habe jetzt ein Herz zu viel, das heißt, ich nehme mir jetzt einfach ein Herz hier raus, auch wenn es weh tut und klebe es dann so zusammen, damit ich jetzt mir mein ganzes Konstrukt nicht mehr verreißen muss. Aber wie gesagt, ihr habt ein Herz mehr, als ich jetzt hier in der, in diesen, macht bitte vier, drei, zwei, eins Tage und klebe es dann zusammen. Ich klebe jetzt auch wirklich alle mit so ein ganz bisschen Kleber aufeinander, dass an der Seite nichts rauskommt und daran merkt man das dann eben. Manchmal muss man das machen und kann sich das nicht nur vorstellen. Und dann gibt es noch einen kleinen Tipp, den ihr beachten könntet. Das wäre jetzt an dieser Stelle ganz gut, finde ich. und deswegen klebe ich mir das jetzt hier einfach mal auf meine Grundkarte auf. Und zwar habe ich ja jetzt noch das Herz und sehe schön, an welcher Position ich das machen möchte. Und mache das zuerst, klebe das hier zuerst an und dann erst das Ganze oben drüber. Das gehört jetzt nur auf die andere Karte, weil ich das eben vorher schon gemerkt habe, dass es dann gar nicht so einfach ist. Aber so kann man sich super positionieren und es rentiert sich wirklich, dass man dieses Herz unten noch rein stanzt. So, einmal schön da draufkleben. Nochmal gucken, dass der Rand passt auch. Hoppala. Bisschen andrücken. Dann mache ich hier noch den Kleber drauf und dann ist das Ganze aufeinander geklebt und passt und so soll dann die Botschaft auch am Ende gut rauskommen an der richtigen Stelle. So. Jetzt aber. Also wie gesagt, ihr habt dann hier vier stehen, habt dann drei, zwei, eins und das klebe ich noch an. Dann ist es richtig. So, und jetzt wird das Ganze eigentlich nur noch ein bisschen dekoriert. Dazu schnappe ich mir nochmal diese wunderschönen Schmetterlinge und klebe mir die hier noch auf die Karten auf. Ich habe mir jetzt gedacht, dann diese Karte könnte mal zwei machen, eins hier unten und eins so ein bisschen hier oben und ihr könnt euch die auch vorher noch ein bisschen in Form biegen und ich mache das mit so Klebepunkten, die kann man ganz gut ziehen und auch eben gut in Form biegen, dass man die dann nachher nicht sieht und die Schmetterlinge, die gehe ich einfach mal kurz übers Falzbein noch ganz vorsichtig, wenn nichts abreißt und dann sieht das immer ganz schick aus. So. Und dann, finde ich, ist die Karte schon ziemlich cool, vor allem, weil die einfach so einen tollen Mechanismus hat und ein bisschen Glitzer darf da aber bestimmt nicht fehlen, deswegen kommen hier auch noch ein paar Glitzersteinchen drauf und wir haben eine richtig coole, coole Kartenform, die ihr beliebig vergrößern oder verkleinern könnt. Ihr habt jetzt gesehen, wie man das Ganze dann macht oder nicht. Da auch noch so drei Steinchen hin und ich finde, hier kann auch noch ein bisschen Glitzer mit Wink of Stella drauf. Wer das möchte, kann auch noch die Schmetterlinge ein bisschen einglitzern, ein bisschen einschimmern. Das finde ich immer noch ganz schön. Vor allem, wenn man weiß, wer die Karte kriegt. Also so ist das eine richtig coole Karte geworden. Und wie gesagt, vielleicht steht dann jetzt vorne bei euch vier. Okay, das wäre jetzt die eine Variante. Die andere Variante, die habe ich noch nicht festgeklebt, aber die wird dann ungefähr so aussehen mit einem größeren Schmetterling und da kommt auch noch ein bisschen Glitzer drauf. kleinerer innen drinnen, das mache ich dann am Schluss fertig. Und jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ihr das Ganze positioniert, wenn ihr diese Stanzform benutzt. Also als allererstes lege ich mir meine drei Karten auf Liga so übereinander, dass ich hier einen richtig schönen Rahmen habe. Also dieser Rahmen soll richtig schön sein und der ganze Aufbau der Karte soll dann schon so liegen, wie ich es mir dann haben will. Dann nehme ich mir meine Stanzform und lege mir die einfach mal dahin. Also ihr stellt euch jetzt vor, dass da noch nichts beschrieben ist. Klebe mir das Ganze mit einem Post-It auf und stanze mir dann das Ganze einmal durch die Stanzmaschine. Dann habe ich dieses Element mit so einer gelben Umstanzung, also mit dieser Ausstanzung und kann mir hier auf die ganzen einzelnen Bereiche was draufschreiben. Ihr könnt auch hier vier, drei, zwei, eins oder sowas draufschreiben und dann unten eine andere Botschaft oder so. Das ist euch komplett frei überlassen. Und jetzt möchte ich aber an die gleiche Stelle auf mein Weißes auch noch diesen Abdruck haben, dass das dann passt. Und da mache ich es dann auch so. Ich drehe es mir einmal um, nehme mir wieder mein Post-It und den Kleber in meine Richtung und nehme mir dann meine Stanzform nochmal mit der Schneidekante zu mir gelegt und positioniere mir die hier wieder richtig schön auf meinen Umrandungen. und dann klebe ich mir das Ganze. Das ist so ein bisschen eine Geduldsarbeit, aber das funktioniert dann so auch ganz gut. Dann klebe ich mir das Ganze hier auf mein weißes Papier und zwar auch so, dass wieder ein schöner Rand entsteht. Ich finde es ist am einfachsten, dass man das einigermaßen gut trifft. Und dann nehme ich mir das Gelbe ab und dann klebt hier meine Form auf meinem weißen Untergrund. Und ich habe es so gemacht, ihr könnt euch entweder mit Bleistift ganz leicht die Linien ausmalen oder ihr schreibt es direkt hier rein. Also das ist jetzt geschrieben, ihr könnt es auch stempeln und hier vorne habe ich einfach schön den Ruhestand gestempelt. Ich habe da die Stanzform auch einfach mit Post-It dahin geklebt an der Seite und dann direkt da rein gestempelt oder ihr malt euch die Linien an. Aber so habt ihr eben diese Besonderheit, dass es ja ganz gut getroffen wird und dass es dann auch passt, wenn man das abzieht, dass es dann noch schön ausschaut. Genau. Und so habe ich das eben hier im Beispiel, das wird jetzt natürlich alles überklebt, aber so ist dann nachher der richtige Auflieger und wenn ich das dann abziehe, dann habe ich hier eine schöne Ruhestandkarte mit 4, 3, 2, 1 Tagen noch. Und das klebe ich mir nachher einfach noch aufeinander und habe dann die Karte fertig und hier kommt auch so ein schöner Schmetterling hin und dann ist die Karte fertig. Und dann noch ein letzter Tipp am Rande, weil wir ja jetzt gar nicht mehr wissen, was wir hier für eine Karte gebastelt haben, wenn ihr nicht sofort die Karte verschenkt habt, dann schreibt euch bitte rein, das ist eine Ruhestandkarte, 4, 3, 2, 1, also 4 Tage vor Ruhestand öffnen. Schreibt euch das gerne rein, weil sonst wisst ihr nicht mehr, welche Botschaft wo war. Eine Sache habe ich ganz vergessen, ich habe euch gar nicht gezeigt, die Schmetterlinge, das sind schon vorgestanzte Teile, die heißen Schmetterlingsakzente aus Papier, haben diese Bestellnummer und sind eben total super auch zum kolorieren. Bei diesem letzten Schmetterling habe ich es auch so gemacht, dass ich mit zwei Farben, einmal mit unserer gewohnten Kalypse und dann an den Ecken noch so ein bisschen mit Chili, dass der so ein bisschen zweifarbig schimmert, also da könnt ihr euch auch kolorationstechnisch cool austoben an diesen Schmetterlingen. Ja, ich hoffe euch gefallen diese Kartenideen, ihr habt jetzt hier zwei verschiedene Arten und ich hoffe, ich komme auch noch dazu, euch die dritte Idee näher zu bringen, wenn sie funktioniert, das muss ich natürlich erst austesten, aber ich habe noch eine im Petto, vielleicht gibt es noch eine dritte Countdown-Karte von mir. Und ja, viel Spaß beim Nachbasteln, ich blende euch auch noch weitere Videos ein, die ihr anschauen könnt, vielleicht ist da auch noch eine nette Idee dabei und ich glaube, das ist eine richtig coole Kartenform, die jedem eine Freude macht, wenn man sich auf einen Termin ganz besonders freut, vielleicht sogar gerade am 18. Dann ist das cool, wenn man da jeden Tag einmal abziehen darf. Wäre auch cool für Kindergartenkinder zum Beispiel, wenn der Kindergarten losgeht oder ja, da gibt es ja tausend Millionen Anlässe. Viel Spaß beim Nachbasteln, kreativiert was Neues.